fangen was an das spiel findet hat sich bisher ganz gut also die netz und die season two die ich schon mit test angefangen habe gar nicht übel disclaimer komplett los kostenlos hier day time on the beach seh parameters enjoying their novelties in the relative safety yes sure i could be one of them i could enjoy relative safety too but i'm not I'm me they say nothing is more dangerous than a tiger they call them the people killers leg years the terror of the open water Ich nenne sie... ...Surfing-Budden. Das wäre ein kleiner... ...Mini-Spiel. Das ist nicht so, dass wir heute mit den Schenken machen. Ich habe keine Art von Schenken. Du hast deine Schenken, Kevin. Tiger-Schenke sind nicht sogar als Schenke. Oh, du kannst sie trainieren, doch. Wait, wirklich, Joan? Es ist noch ein Schenke. Das ist die wichtigste Sache. All right, circle auf, alle. As you all know, ... wir haben heute besucht, ...surfing mit Schenke. Rezeption hat sich wunderbar. Die Internet liebt es. Das ist nicht wahr. Aber es ist gut für Moral, das zu sagen. Jetzt? Ich weiß, dass es für euch alle ein paar Wochen war. Wir haben hohe hohe Verlangen, ...kraschende Beispiele, ...technische Unternehmung. Und Javier hat auch explodiert. Nicht vergessen über Javier. Seine Tasche hat sich in Blut geblieben. Schau, ich bin sicher, dass er gut ist. Auch, dieses Gespräch ist nicht über Javier. Das ist eigentlich, was ich wollte euch allen darüber sprechen. Trinken ist wichtig. Trinken ist wichtig. ... 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